Das Xiaomi R13 ist eines der interessantesten Geräte auf dem Markt und es gilt als der Goldstandard für China Notebooks. Hierzulande ist es seltener als Einhörer. Kein Wunder, denn man muss das Gerät selbst aus China importieren. Hierzu seien gleich zu Beginn einige Worte gesagt. Wenn ihr ein Gerät aus China importiert, gibt es keine Garantie oder Gewährleistung. Wenn es irgendwann einmal nicht mehr funktioniert, bleibt ihr darauf sitzen. Bezahlt man mit PayPal, hat man zumindest noch einen gewissen Schutz. Ich muss aber sagen, dass ich bei der Lieferung des Xiaomi R13 gar keine Probleme hatte. Es war gut verpackt in zwei Kartons, kam nach etwas mehr als zwei Wochen bei mir an und Schwierigkeiten mit dem Zoll gab es nicht. In gewisser Weise lief der Versand des Xiaomi R13 über Gearbest weniger problematisch ab als bei manchen Marketplace-Händlern über Amazon. Nun aber wirklich zum Gerät. Das Xiaomi R13 2017 sieht einfach aus wie ein ganz normales Notebook. Was es ja auch ist. Die Ecken sind in einem geringen Radius abgerundet, gerade so, dass man sich nicht verletzt. Die Seiten sind gerade und der Laptop ist fast an allen Stellen gleich dick. Doch die Rückseite des Xiaomi R13 verdeutlicht insbesondere, wie normal das Notebook aussehen will. Auf der Rückseite befinden sich nämlich keine Logos, keine Verzierungen, nur der Deckel aus matten, silbernem Aluminium. Xiaomi hat das R13 so gestaltet, dass es unter MacBooks nicht auffallen würde. Und dennoch wird das Xiaomi R13 überall erkannt, wo Geeks sitzen. Im Informatik-Hörsaal wird man nicht selten gefragt, ob das denn wirklich das Xiaomi R13 ist, das selbst die Nerds noch nie gesehen haben. Es ist ein Einhorn und sogar seltener als Windows-Phones. Das Xiaomi R13 sieht aus manchen Winkeln betrachtet aus wie ein solider Block Aluminium. Und es fühlt sich auch genauso an. Die Verarbeitung ist großartig. Das Notebook fühlt sich robust und sehr hochwertig an. Mit einem Gewicht von etwa 1,3 kg und einer Tiefe von knapp 15 mm ist es für den Alltag noch ausreichend schlank und leicht. Es passt dank des dünnen Randes rund und das Display selbst in etwas breiterer Surface Pro Sleeves und ist insgesamt dank des kompakten 13 Zoll Formfaktors sehr transportabel. Das Display selbst ist keine Besonderheit, nicht überragend in Auflösung oder Qualität. Es handelt sich um ein IPS-Display mit Full-HD-Auflösung, das eine ausreichende Helligkeit, gute Blickwinkelstabilität und ordentliche Farbdarstellung bietet. Die Helligkeit ist für die Nutzung bei bewölktem Himmel ausreichend, für das direkte Sonnenlicht wird es aber nicht ganz reichen. Für den Preis ist es ein sehr ordentliches Display. Die Tastatur ist ordentlich, allerdings bieten die Tasten wenig Feedback und fühlen sich etwas schwammig an. Man kann meiner Meinung nach aber immer noch sehr gut damit arbeiten und das auch problemlos über mehrere Stunden. Es gibt bessere Tastaturen auf Notebooks, aber die des Xiaomi R13 ist noch gut. Problematisch könnte für manche Nutzer die Tatsache sein, dass es sich um ein US-Layout handelt. Ich selbst habe damit überhaupt kein Problem. Doch das sehen wahrscheinlich nicht alle Nutzer so. Die Umlaute sind nicht eingezeichnet und manche Sondertasten befinden sich mit dem deutschen Layout nicht dort, wo sie auf der Tastatur eingezeichnet sind. Das kann verwirrend sein, aber man gewöhnt sich sehr schnell daran. Das Touchpad ist sensationell. Xiaomi verwendet vorbildlich den Präzisions-Touchpad-Treiber und die Eingaben sind flüssig, präzise und außerordentlich zuverlässig. Beim 2017er Modell gibt es nun auch einen Fingerabdruckscanner auf dem Touchpad, der ebenfalls sehr gut funktioniert. Man wird fast ausnahmslos beim ersten Mal erkannt. Xiaomi ist sehr stolz auf die Partnerschaft mit dem Premium Audiohersteller AKG. Doch das Resultat dieser Partnerschaft ist eher mittelmäßig. Die Lautsprecher selbst sind gar nicht schlecht und durchaus laut. Das Problem ist aber ihre Position an der Unterseite. Auf einer glatten Oberfläche klingt der Sound einfach nicht ganz so gut wie bei Lautsprechern an der Front. Und auf dem Sofa, Bett oder Schoß ist er stark gedämpft und so gut isoliert, dass man nur wenig davon hört. Kommen wir aber nun zum Highlight am Xiaomi R13 und das ist die Performance. Es ist wohl einer der Hauptgründe, weshalb man sich für ein Notebook aus China entscheidet. Der Laptop kostet aktuell 650 Euro und sinkt Woche für Woche im Preis. Dafür bekommt man allerdings ein Ultrabook mit heutigen Top-Spezifikationen. Verbaut ist ein Intel Core i5-Prozessor der siebten Generation, 8 GB Arbeitsspeicher und eine 256 GB große SSD. Außerdem steckt im Xiaomi R13 eine dedizierte Grafikkarte, nämlich eine Nvidia GeForce MX150 mit 2 GB Grafikspeicher. Diese Kombination bietet unterwegs ordentlich Power. Alltägliche Aufgaben sind gar kein Problem und es bewältigt das Surfen im Internet bis hin zum Ausfüllen von Excel-Tabellen ganz ohne Probleme. Aber ganz ehrlich, rein zu diesem Zweck sollte man es nicht kaufen. Es ist geeignet für mobile Bild- oder Videobearbeitung. 4K-Videos können ohne Likes bearbeitet werden und ein Full-HD-Export geht auch recht flott. Wer ein 4K exportieren will, wird sich aufgrund des geringen Arbeitsspeichers aber etwas mehr Zeit nehmen müssen. Es ist ein Notebook für professionelle Anwender, darunter Entwickler, Fotografen, möglicherweise auch YouTuber. Vor allem ist es dann für diesen Bereich interessant, wenn man diese Aufgaben eher als Hobby erledigt und sich mit dem möglichen Verdienst kein High-End-Notebook wie das Surface Book leisten kann. Es ist vielleicht sogar für den einen oder anderen Gamer interessant, bietet es schließlich durchaus grafische Performance. GTA 5 ist mit einer Auflösung von 1600x900 Pixeln bei niedrigen bis mittleren Einstellungen problemlos spielbar. Forza Horizon 3 läuft jedoch nicht flüssig, dafür aber kleinere Games für zwischendurch, darunter interessante Indie-Games wie Absolver oder All-Star Fruit Racing, die auch Spaß machen können. Weshalb das Xiaomi Air 13 aber nicht für die ganz einfachen Aufgaben angeschafft werden sollte, liegt an der Akkulaufzeit. Wer nur im Internet surft, der braucht diese Leistung nicht und bekommt bei anderen Geräten deutlich mehr Laufzeit. Für diese Nutzer ist dann eher ein Xiaomi Air 12 interessant zum Beispiel. Die Laufzeit des Xiaomi Air 13 ist wirklich schwach. Ihr dürft mit einer durchschnittlichen Laufzeit von etwa 4 bis 5 Stunden rechnen. Wobei sich im Energiesparmodus bei 20% Helligkeit, welcher zu Hause oder in der Uni auch problemlos ausreicht, etwas mehr als 7 Stunden ausgehen könnte. Der Vorteil des Xiaomi Air 13 ist allerdings, dass es sehr schnell geladen wird. Binnen einer Stunde habt ihr wieder vollen Akku, im besten Fall sogar 40 Minuten. Daher zahlt es sich oftmals aus, das Gerät für 15 bis 20 Minuten während der Mittagspause aufzuladen, bevor man wieder zurück in die Schule, Arbeit oder Uni fährt. Das Xiaomi Air 13 ist insgesamt ein großartiges Notebook. Allerdings wird sein allgemeiner Wert durch die eher schlechte Akkulaufzeit reduziert. Somit kann man es einfach deswegen nicht grundsätzlich an jeden empfehlen, wie es beispielsweise beim HP Envy 13 der Fall ist. Man muss gewillt sein, häufiger eine Steckdose aufzusuchen als bei anderen Ultrabooks. Gleichzeitig muss man beim Kauf ein höheres Risiko eingehen, etwas länger auf die Lieferung warten und im Fall von Schwierigkeiten kann es passieren, dass man mit einem wertlosen Block Aluminium zurückbleibt. Wenn aber alles klappt, bekommt man allerdings ein wirklich gut ausgestattetes und verarbeitetes Notebook zu einem sagenhaften Preis. Sucht man ähnliche Konfigurationen in Deutschland, zahlt man dafür knapp das Doppelte. Für Otto Normalverbraucher ist das Xiaomi Air 13 2017 aber einfach nichts. Zweifellos ist es im Alltag ein gutes Notebook, aber die Art des Erwerbs ist einfach zu umständlich für jemanden, der einfach ein verlässliches Notebook sucht. Es ist der Laptop für Entwickler, Enthusiasten, YouTuber und all jene, die gerne das höhere Risiko für etwas Exklusives eingehen. Es ist ein Laptop für Nutzer, die Beta-Software nicht abschreckt, sondern lockt. Es ist in vieler Hinsicht nicht vergleichbar mit dem Surface Book, angefangen beim Display und es ändert bei der Akkulaufzeit. Doch in einem Punkt kommt das Xiaomi Air 13 gefährlich nahe an jenes Notebook, das knapp das Dreifache davon kostet, der Performance. Unterwegs lässt sich mit einem Xiaomi Air 13 besser arbeiten als mit dem günstigsten Surface Book und in der Regel genauso produktiv. Für eine sehr spezielle Zielgruppe ist es also genauso gut wie das Surface Book und dank des Preises vielleicht sogar besser. Die Akkulaufzeit müsste aber ein gutes Stück länger werden, um nur ansatzweise mit dem Microsoft Laptop vergleichbar zu sein.